Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spielevorstellung bei uns hier auf dem Kanal. Das Ganze nennt sich Zombie Rollers. Glitzert und Funklos. Oh nein, das ist die Prinzessin. Die Prinzessin ist alleine in den Wäldern. Warte, da ist etwas. Das ist eine Karte der Burg Halesimburg. Und 20 Juwelen. Brandschlag. Meins. So, wir müssen jetzt mal gucken. Tragen. Kann es kaum erwarten, meine neue Stärke auszuprobieren. So eine Art Flipper. Pinball. Und ich muss mich mal ein bisschen höher ziehen. Irgendwie bin ich hier. Wurz. Nein. War doch besser so. So, oder? Jetzt kann ich mich doch hochziehen. Nein. Jetzt kann ich mich hochziehen. Das sieht dann auch ein bisschen besser aus. So, das ist also Halesimburg. Sieht aus wie eine andere Welt. Männer, es ist unsere Pflicht, die Prinzessin zum Schluss, äh, zum Schloss zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, meine neue Kugel auszuprobieren. So, jetzt probieren wir das mal. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Das ist, wie gesagt, ist ein Flipper-Spiel. Ich muss jetzt mal gucken, ob das überhaupt... Wer kommt da runter? Oh, den habe ich auch noch ein bisschen mitgegeben. Dem habe ich echt einen guten Hit gegeben. Uiuiui. Zombie Rollers. Hier kommt wieder eine. Dem habe ich auch noch einen guten Hit gegeben. Geschafft. So, jetzt brechen wir hier durch die Bank durch. Ihh. Hm. Ich glaube, die da hinten will ich haben. Alter, den. Oh mein Gott. Die habe ich ja gleich richtig zerstört. Ich drücke hier, um die Kugel zurückzurufen. Okay. Alles klar. Oh. Das war es nicht. Ich muss wohl hier hin. Oh, die Zombies haben meine keine Chance. Ich muss die... Ich muss den zurückrufen. Hopp. Und jetzt da hinten rein. Bam. Bam. Okay. Ja, Mann. Es ist wichtig, die Kugel zurückzubekommen. Vergiss das nicht. Ich habe es verstanden. So. Zubi Rollers. Ich habe vergessen, die Schleuder zu hüllen. Warte. Seit ich dich kenne, ist mein Leben so viel schlechter geworden. Steh nicht rum. Nutze die Kugel, um die Zombies zu töten. Sei vorsichtig. Je näher die Zombies kommen, desto schneller werden sie. Die Kugeln schießen sie wieder ein Stück zurück. Das sind deine HP. Hab immer ein Auge drauf. Bist du bitte still? Ich muss mich konzentrieren. Ja, vor allem... Ich habe ja hier erstmal keine... Ja, toll. So, jetzt habe ich endlich eine Kugel. Und jetzt... Ich kriege die auf den Rücken, der in den Park rollen. Jawohl. Uah. Uah. Ja, den habe ich. Da oben ist auch noch... Nee, da oben ist kein... Uah. Uah. Warte. So. Oh mein Gott. Mega cool. Ist wirklich mega coole Spiel. Also, macht Spaß. Nice. Cool. Du hast ein höheres Level erreicht. Sehr gut. Nice. Teures Gacha. Du bekommst ein Levelgeschenk. Ein Gacha-Ball. Keine Ahnung, was das ist. Ein Gacha-Ball. Lass uns zum Laden gehen. Okay. Zombie Rollers. Willkommen im Laden. Ich kann es kaum erwarten. So, jetzt kriegen wir hier... ...einen Gacha-Ball. Eingetauscht. Ein Meteor. Dragen. Okay. Komm hier, wenn du deine eigene Fähigkeit oder die deiner Mitspieler sehtest. Rekrutiere Helden. Ich nehme das Buch. Ranschlag. Oh, das kann ich nicht upgraden. Hm, okay. Ja, aber... Gibt doch nicht. So, also. AK, Passiv, alle. Da und da. Ich störe nicht die Prinzessin, die schläft. Ah ja, gut, dann schläft sie nicht. So, jetzt machen wir hier weiter. Mit Level... Was ist das? Was ist denn das? Ähm... Okay. Level 3. Auf, los, geht's los. Machen wir mal Level 3. Auf, los, geht's los. Bist du bereit? Na klar. Ultimative Fähigkeiten brauchen Energie. Nimm sie dir. Na. Das war jetzt vielleicht nicht wirklich die beste Möglichkeit. Ich habe genug Energie. Wie kann ich die ultimative Fähigkeit benutzen? Drück das. Machen wir das? Oh mein Gott. Uiuiui. Hier kommt meine Rache. Meteorschlag. Energie regeneriert sich zudem von alleine. Uli. Oh, der war gut. Oh, der war super. Das war ein richtig guter Zipper. Und wieder. Außenrum. Jawoll. I love pinballs. Komm, 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 komm. Und die zwei kommen da auch jetzt. Jetzt muss ich den, ich muss den noch nicht geben. Nein. Drei. Ja, den habe ich geschafft. Sehr geil. Jawoll. So. So, mal, diese zwei bleiben sie ziemlich aktiv für Zombies. Ah, gleich nicht mal. Ups. Und gleich noch mal. Jawoll. Oh, nein. Scheiße. Scheiße. Das war so nicht geplant. Sehr gut. Jawoll. Nein. Der, was mache ich denn? Mein Gott. Komm, knaller Ding da weg. Sehr gut. Ich bin gefangen. Bitte helf mir. Ja, ich helf dir. So, ich helf dir. Ich helf dir. Ich muss jetzt die Axt da befreien oder was? Oh, je. Wie ein Wirbelwind. So, den habe ich auch noch nicht gegeben. Oh, mein Gott. Sehr, sehr gut. Oh, mein Gott. Ja, komm, mach den fertig. Komm, noch mal von hinten. Komm, komm, komm. Bäm. Wunder mal. Jawoll. Das ist gut. Lassen. Ich habe mich jetzt nicht aufgepasst. Scheiße. Komm, Alter. Und ich kann die Special-Attacke machen. Eins, zwei, drei. Bäm. Jawoll. What? Oh, mein Gott. Das geht nicht. Eiswand. Ich habe keine Ahnung, wie eine Eiswand geht. Ich schieße die Kugel in die Eiswand. Mache ich. Jawoll. Die Special-Attacke brauche ich jetzt noch nicht. Jawoll. Danke, dass du mich gerettet hast. Gerne. Warum bist du hier? Das ist eine lange Geschichte. Hm? Das ist unser Freund aus dem Norden. Komm an Bord. Ich bin Professor Omnipedia. Und ich heiße Burberndjamin. Ich bin ein Pyro. Nenne mich Ole. Das ist keine Verkleidung. Ich bin ein echter Bär. Wir bringen die Prinzessin zu Hailsymburg. Magst du mitkommen? Sehr gerne. So, was ist das? Tritt jetzt wahrscheinlich unserem Team bei. Oder? Weitermachen. Ja. Ein Level mache ich jetzt noch. Endlich junges Blut in unserer Mitte. Hey, so alt bin ich auch nicht. Oh, ich zeige dir, wie man mit uns kämpft. Danke. Zuerst hier drücken. Alle Helden sind hier auf... Drücke auf den Icon. Worauf wartest du noch? Los geht's. Ha. Oh, die ist erst auf Level 1. Möchtest du schnell auf ein höheres Level? Ich höre auf. Merksam. So. Drücke hier. Upgrade. Dann haben wir hier die XP. Prost. Lecker. Möchten Sie auch mal, Professor? Ha. Ich habe schon lange weißer. Da lag mein Kind. So. Kann ich noch ein Upgrade machen? Oh mein Gott. Ah, jetzt ist der Level 2. Okay. Also, Ole ist jetzt Level 2. Kann ich den da auch noch da irgendwie hinziehen? Geht das? Ach, was? FHK-Buch. Ich habe immer FHK-Buch gesehen. So. Dann würde ich sagen... Ja. Das sollte es dann sein, oder? Noch ein Level. Loginpreis. Was? Okay. Muss man sich dann einloggen? Alles klar. Ja, dann machen wir das mal, damit ich den Kampf noch machen kann. Ich möchte euch das ja zeigen. So, bereit? Ja, Mann. Held und Kugel können während dem Spiel ausgetauscht werden. Drücke Ole. Ole. Ich bin an der Reihe. Es ist Zeit, Zombie-Eis zu machen. Oh, echt. Wie geil. Wie geil. Das ist ja wirklich nice. Zombie-Eis. Das war jetzt nicht unbedingt notwendig, aber... Wo kommt der denn da lang? Wie soll ich denn? Äh... Und jetzt treffe ich natürlich nicht da hinten rein. Jetzt treffe ich... Alter, warte. Jetzt habe ich so. So, um. Jetzt habe ich so fast alle. Ja. Alter, Alter. Jetzt habe ich so fast alle. Und? Noch mal. Und 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 zack, 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 zack. Sehr geil. Geschafft. Nice. Wow. So, Zombie-Eis. Überlass mir das. Ja, ist ja noch nicht. Überlass es dir. Mann. Jetzt habe ich so. Jawohl. Oh. Das sind zu viele. Starte eine Fähigkeit-Kombo. Zeichne eine Linie auf dem Schlachtfeld. Dann ziehe ich eine Eiswand hoch. Okay. Bring die Kugeln hinter die Eiswand. Ah. Das ist ja geil, Alter. Das ist ja wirklich geil. So. Aber. Okay. Wow. Jawohl. Jawohl. Er hat ihn. Oh mein Gott. Jetzt kann ich wieder Energie einsammeln. Oh mein Gott. Ah. Den kriege ich. Alter. So. Und den habe ich auch. Und den habe ich sogar zweimal drauf. Und jetzt kommen noch viele mehr. Soll ich wieder so ein Eiswand ziehen? Brauche ich das eigentlich nicht, oder? Zumal die anderen ja runter kämen. Deswegen wäre das mit der Eisbrühe. Oh nein, 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 nein. Alter. Den habe ich jetzt. Alter. Warte. Dem habe ich eine gegeben. Geschafft. Das ist ein Elite-Zombie. Sei vorsichtig. Okay. Dann würde ich mal sagen, dann werden wir dem Elite-Zombie mal zeigen, wo der Bartel den muss. Oh nein. Das war ziemlich dämlich, was ich so anhatte. Ah, jetzt die. Ich kreise sie ein. Ja, das hatte ich mir so schon gerade gedacht. Nein. Okay. Die Kugel zurückholen und da reinfliegen lassen. Ziel in den Kreis. Das habe ich ja gemacht eigentlich. So, jetzt bin ich im Kreis, ne? Jetzt müsste ich im Kreis sein. Ja. 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 Wieso hat der Hand gestürzt? Also, ich treffe den nicht. Was gibt es denn? Irgendwie macht er, kriegt der kaum Schaden, ne? Oh. Was muss ich mir jetzt einfangen lassen? Jetzt haben wir geschafft. Jawoll. Chaka. Und da hinten gibt es die Kiste. Teures Gacha. Teures Gacha. Jawoll. Nice. Gucken wir uns mal. Was kommt dabei raus? Ist das Glück? Noch ein Zombie. Okay. Willkommen. und Napalmballiste. Das ist eine Passivfähigkeit. Folge mir, um dich damit auszustatten. Zuerst hier drücken. Öffne Burnjamins Info. Drücke, um die Fähigkeitsliste aufzurufen. Okay. Zwei Passivfähigkeiten pro Held. Auf geht's. Pass. Ich bin jetzt stärker. Ich kann es kaum erwarten, meine neue Stärke auszuprobieren. So, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Burnjamins Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Also ein bisschen Action-Ballerei mit jo mit Flipper-Elementen die richtig cool sind und Zombies Zombies sind immer gut Zombies Zombies sind immer gut Ja, also wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da schreibt was in den Kommentaren abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein falls ich euch wieder ein Video von Zombie Rollers zeige oder wenn es wieder heißt ich präsentiere euch ein neues Spiel haut rein, macht es ein bisschen und tschüss